... ... ... ... ... ... Uhu, da oben qualmt es. Da oben ist... Gastpfeil. Was soll das denn jetzt schicken? Ja, wenn ich da hochkommen würde. Ich bräuchte eine Kiste. Und, äh, kann ich überhaupt eine Kiste in der Hand hochklettern? Oh, noch in der Wache. Kommst du in meine Richtung? Lauf schneller. Lauf schneller. Lauf schneller. Und gleich rennt sie neben mich. Vor mir. In mich rein. Dreh dich um, 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 dreh dich um. Du Schwalb, warum siehst du mich? Dann charge doch. Ich habe nicht mehr Zeit für... Wo ist sie weg? Ach. Jetzt habe ich selber geblendet. Wieso hat er mich denn hier gesehen in der Ecke? The Grand Hotel Delivery Entrance. Warte, das machen wir nochmal. Checken, das machen wir nochmal. Nee, 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 nee. Also so geht das ja nicht. Wieso kommt er denn jetzt hier an? Hacker! 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 Ich bin doch nur auf der Suche nach einer Kiste. Hier ist eine Hammeriden... Kiste, 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 Kiste! Ja, eine Hammeridenkiste. Das ist eine besondere Art der Kiste. Eine Hammeridenkiste. Kiste. Ach, jetzt kommst du da hoch, he? Ich doch ohne die Kiste die schafft. Nee, hier qualmt's nur. So viel zu meinem Gaspfeil. Alter, gibt's hier aber viel zu erkunden. An geheimen Zeug. Eine Mine. Ja, ich hätte den Typen auch einfach sprengen können. Weil Sarah ist ja nicht Garrett. Leiter, na toll. So viele Wege zur Auswahl. Weiß ich ja gar nicht, wo ich zuerst lang gehen soll. Wie soll ich denn zu dir hinkommen? Hallo Welt. Kann ich auf deinem Map springen? Tod, durchaus Map springen. Kann ich da oben? Ist das so gewollt? Ja. Mit Sicherheit. Also was von. Kann ich da rüberspringen? Nein. Ich hab noch geladen, bevor der Todeskrieg kam. Tod durch Osmap. Wie soll ich denn da hinkommen? Wie sehr müsste weiter springen können? Also mit Selina könnte ich da hin? Das ist eine gute Frage. Wie kommst du da hin, Schicken? Wie kommst du da aufs Dach? Wie kommst du da aufs Dach? Ich sag's mir, man findet Blut, wenn man einfach nur ein bisschen Unsinn anstellt. Die andere Frage ist aber, wie kommt man an diesen Blut? Wie soll ich da oben hinkommen? Kann ich an diesen Holzbalken? Ja, kann ich. Oh, der ist echt gemein versteckt. Ich mein, wär ich da oben nicht aufs Dach geglitscht? Wie ist die nennen das jetzt mal geglitscht? Das ist sicherlich nicht vorhergesehen von den Erstellern gewesen. So ein Scharlatan anzustellen. Wann ist das sicherlich nicht hier gefunden. Yay. Checken findet Zeug. Juhu. Hoch da. Ach, kann's ja nicht sehr. Ja, hier kann sie nicht hochklettern. Doch, jetzt auf einmal. Du standest nun nicht richtig, Chicken. Ja, ich merke schon. Ich merke schon. Wo geht's hier hin? Keine Ahnung, aber ich werde es zerstören. Ich werde alles zerstören und alles besteigen. That's what she said. That's what she said. Ah. Das sieht so einladend aus. Der Anwell of Chrome weapons and implements of destruction. Fast, Chicken. Fast. Komm, Seher! Spring ab! Oder brauchst du einen Seillauncher? Oder ist es so vorhergesehen? Ist das schon wie eine Geheimwand? Wieso können die da unten sie mich sehen? Wie, haltet auch schon noch ein Dieb? Und was seid ihr? Woher wissen die, dass ich ein Little Girl bin? Das ist nicht zufällig wie in einem Dingslevel. Doch, ist es. Was habe ich jetzt damit geöffnet? Das war nämlich auch so in Thief 2. In Middle Age. Tja. Kann ich die Leiter runterklettern? Die sind mir nämlich beide gerade den Rücken zugedreht. Nein. Warum sollte ich gegen dich kämpfen? Dreh dich um! Ich bin nicht da! Wieso hat er sich umgedreht? Das macht ihn normalerweise nicht. Nein. Also, Garrett hätte das geschafft. Beide, ohne dass sie sich umdrehen. Dann los, dreh ich nochmal um. Chicken, du kannst natürlich auch einfach deine Blitzbombe runterwerfen oder eine Gaspfeil. Oder eine Gaspfeil. Ja, so heißt das. Oder eine Gaspfeil. So. Wieder vorsichtig runterklettern. Dicken Feuerfall. Gut. Hätte ich auch einfach eine Blendengranate benutzen können. Aber wusste ich, dass da was liegt? Komm, schleppen wir euch noch nach oben. Auch wenn ich bezweifle, dass hier jemand reinkommen würde. Trotzdem. Das ist noch ein Feuerfall. Das ist noch ein Feuerfall. So viele Feuerfall. Ein Pfeil ist weg. Was hat das eigentlich geöffnet? Mal so gefragt. Ich hab keine Ahnung. Ich wollte sagen, wir sind seit dieser nächsten Aufnahme zwischen und wir haben keine Freie Nacht. Irgendwie hier weiter durch den Markt Platz laufen. Irgendwelche komischen Sachen finden aufgrund von Dingen. Weil Chicken wieder Unsinn macht. und wieder auf Lennville-Grenzen herum stolziert. Wie in Tief 2 in Menel Age. Ja. Ja. Das macht sie. Seiya ist von der Garry Faker. Aber es ist nicht ihre Schuld. Es ist meine Schuld. Bleib schicken. Also, es ist ein Schau.